Schafe, keine Ziegen, ne? Ja, stimmt. Das sind diese... ... die nicht geschoren werden, ne Heidi? Hababanne. Das hier rumschreit, hier. Na, guck mal, da unten gibt es Futter. Das sind Ziegen. Die sehen aus wie Ziegen, unbedingt. Die sehen aus wie Ziegen. Ja. Ich finde es immer so schrecklich, dass die denen so viele Ohrmarken verpassen. Egal, ob es Vorschrift ist oder richtig. Das ist trotzdem idiotisch. ... Mama, die Mama vertrete! Mama! Ja! Mama, sie liebius! Mama! Mama! Mama, paste!